Hier haben wir den Friseur. Man kann sich hier mal ein paar schöne Sachen in die Haare machen lassen, mal was anderes. Das ist der junge Mann, der frisiert sie dann. Sie sind der Friseur hier? Hier gibt es verschiedene Sachen, was man alles machen kann. Und überlegen und flasieren. Und hier kann man sich dann schön frisieren lassen.